Ich will doch schon wieder jemanden hier schimpfen. Schimpf denn da? Schimpf denn da? Ich weiß nicht, ob er tot ist. Ich springe jetzt runter. Ah! Da ist er! Was für Musik, ey! Da war er. Blendgranate kann ich nicht nehmen, bin voll. Was ist denn damit? Dramatisch! Wenn, dann müsste er ja hier liegen oder stehen. Gegen die Wand. Ich höre auch einen Fluchen. Ich fühle ihn. Ich sah ihn. Sehr schön gemacht. Naja, ich habe ein Gewehr. Ein Gewehr aus der Entfernung im Kopf ist, glaube ich, nie geslobt. Ist dann was gesund. Hier ist schon jemand. Hier ist ein bisschen Pistolen-Munition. Und ein Hebel. Kann ich die mal ziehen oder willst du die... Ach Gott. Erstmal die... Bin ich voll? Ja. Naja. B-Tätig. Ist das ein Lift? Ja. Wo wird das Korb noch gehen? Ja. Das ist ja jetzt gelegentlich dazu. So. Wo war dieses... Shot? Ja, 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 ja. Hallo, Freunde! Hier. Hier mal da weg. Da vorne steht noch einer. Sehen, sehe ich. Und da oben steht auch noch einer. Soll ich. Und da unten kommt auch noch einer. Da sind zwei, oder? Ehe. 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 Ins Knie geschossen. Ehe. Hier ist ein Knie mehr da. Uff. Was war das denn? Zeit für ein Kraut. Ehe. Ich hätte eins. Lass mich erstmal. Ok. Maschinen-Gewehr-Munition. Konzentrile. Die sind voll. Ok, ich heil mich mal. Ach, guck mal, da oben steht noch einer. Das ist bestimmt der, der die ganze Zeit die Granaten wirft. Hast du jetzt meine Munition aufgehoben? Ja, ich kann es dir aber geben. Ja, ich kann es dir geben. Ja, bitte. Dankeschön. Hura, hinter dir. Gott, hat er mich erschrocken. Schocking. Muss das sein? So. So, ich... Eben, heile mal. Facken wir mal ein Kraut aus. Da vorne kommt wieder einer. Von links. Ist er tot? Nein, aber der hat Granate gebrochen. Das sind zwei wieder... Das mache ich. Ich habe schon wieder Maschinengewehrmunition aufgenommen. Absolut. Da oben sind Eier, ne? Siehst du das? Ja, das sehe ich. Da bist du oben in die Munition. Hier schießt einer mit Zeug. Ah, der hat ein Ding ist hier. Da blicken wir einfach. Nicht auf... Nicht auf den Zielen. Auf den Zielen. Da kommt noch einer gerollt. Wo rollst du es nicht, Mensch? Was machen die denn, ey? So. Meinst du, schnell durchlaufen? Oder... Da kommt noch einer. Da steht einer links. Jo. Ich wollte schießen, aber ich habe dann doch keine... Da rechts laufen noch Leute lang. Oben auf dem... Jetzt kommen die rechts... rechts die Treppe runter. Und da steht auch noch einer. So. Ach, verdammt. Das hätte ein Trophäe werden können. Verdammt, noch eins. So. Ich sprinte jetzt einfach mal todesmütig nach vorne. Nimm das grüne Kraut mit. Und die Maschine der Munition. Auch wenn die sie nicht verwenden kann. Hallöchen. Wo läufst du denn hin? Das ist aber eine Pistolen-Munition, die ich nicht aufnehmen kann. Ach, das Gute ist, dass die Eier nicht geschlüpft sind. Aber das ist echt... Mach ich nicht. Achtung. Das ist ein Hebel. Den müssen wir zu zweit betätigen. Bzw. einer links, einer rechts. Ja. Wollen wir? Ja. Kommt rum. Links von dir aber noch eine Leiter nach unten. Mh. Ich hab's ja gefragt, ob da noch irgendwas ist, was von... von Wert wäre. Oh Gott. Wie ich, wie ich irgendein Vieh, ich keine Ahnung, was es ist. Ja, das ist ja. Ach so. Also, das ist eins aus den Eiern. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Hoppla. 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 Ach. Ja, guck. Also, ich bin... Du siehst... Ja, ich bin hier gerade mal ein bisschen... Du siehst ein bisschen vollgepackt aus. Ja, ein bisschen aufräumen hier. Aber das ist, glaube ich... Oh, wo war denn der Kontrollpunkt? Als wir das letzte Shot geöffnet haben, hier an den Schaltern. Oh. Das heißt hier dann aber, sobald wir das geöffnet haben, kommt... Ähm, das Viech. Das heißt, das muss ich jetzt noch einrichten. Das kam von hinten, oder? Ja. Da, wo die Eier auch waren. Da. Ja, da war es jetzt. Oh, da war es noch ein zweites. Von wo? Von links. Ach, da. Also, da muss man einfach nur mit Bedacht ein bisschen draufschießen. Da kann ich nicht nur sehen, wenn der Schwachpunkt... Wenn der Schwachpunkt zeigt. Das war ein bisschen abgelenkt, hoffe ich doch. Mhm. Also, das Ding muss man Stück für Stück auseinanderschließen, sonst. Das war ganz schön eng. Was denn? Oh, scheinbar war es... Ja, was? Was? Nee. Warte, warte, warte. Die kriegt immer noch. Jetzt ist es... Iiiiih. Ich habe geschossen. Wuuuuh. Da rechts ist ein Typi. Oh, ich bin... Ich sehe nichts. Ich muss auf die Karte gucken. Da sind ganz schön viele. Das ist sie. Ich stehe hier. Ungünstig, glaube ich. Können wir nicht irgendwo hingehen, wo die nicht hinkommen? Nee, ich glaube nicht. Ich sollte mal schön Abstand halten. Nee. Ganz schön klingend bei dir. Ja. Bordelung. Brenn. Brenn, brenn, brenn. Lauf. 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 Ah, nee. Ich sehe nichts. Glauben, ich bin tot. Ja. Ich weiß gar nicht. Müssen wir vor den Weg rennen, oder müssen wir... Ich weiß es nicht. Das mag ich nicht. Sowas mag ich ja überhaupt nicht. Das ist auch... Ich habe noch eine Mine. Könnte ich mal irgendwo hinschmeißen. Die Sache ist halt... Die komischen Viechern da. Das macht es uns ja nicht unbedingt leicht. Oder... Ja, links von dir geht es nach unten. Und auf der Mitte rechts bei mir... ...ging es nach oben, glaube ich. Mal gucken, ob wir da nicht den Weg ausnutzen können. Man kommt hier oben... ...auf dieses... ...Geländer hier oben. Das da. Da kommt man hin, wenn man bei mir runter geht. Ich glaube, das führt dann hier... ...wenn man hier hoch geht, dann auch dahin. Ja. Also den Weg könnten wir nutzen, um... ... ein bisschen... ...Abstand zwischen uns zu bringen. Da ist mal das Fieder drüben. Ich habe sowas gefühlt, dass die Pumke immer noch was fliegen. So... ...verbringend. Und das zweite Sache. ...kann ich gar nicht sehen. Okay, haben wir das erste schon zu stücken? Ich habe auf jeden Fall eine Brandkanate geschmissen. Es kann sein, dass es dadurch draufgegangen ist. Ja, das ist wohl. Komm. Jetzt wird den Deckel vorne hoch. Oh nein. Jetzt kommen die Spaten hier. Ich will dir jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir da so links und rechts hoch gehen. Ja. Oder... ...wir machen den... ...den Frontalangriff. Ich bin jetzt schon... Was? Ich bin doch nur irgendwie vorbeigelaufen. Oh. Ach. Also Instant Death-Ding, das ist ja echt Kacke. Ja. Das war mega unfair. Oh ja. Äh, nochmal. Dann haben wir gar gleich die Blizzole. Ich nehme direkt meine Brandgranate. Wo springt? Ja, man kann halt auch die auch machen. So, das zweite ist gerade auch in so ein Mist gefallen. Die Brandgranaten an sich klingt nicht so viel. Dann war das eine wahrscheinlich einfach nur sehr geschwächt schon. Ja. Das ist unfair, das kann ich warten. Okay, eins ist kaputt. Glaube ich. Ja. Das zweite kommt gerade nicht. So. Jetzt gibt es nicht vorher so viel auf diese scheiße Viecher. Ja, ich hab jetzt einmal gedacht. Mann. Ey, die Pumpgun ist anscheinend gegen die Viecher total nutzlos. Was überhaupt keinen Sinn macht. Nee. Also ich verstehe ja, dass die nur verwundbar sind, wenn sie ihren komischen gelben Eiterbeulen da zeigen. Aber so nah, wie ich an den Dingern dran stehe, müsste das eigentlich ziemlich wehtun mit der Schrotflinte. Ja, gut. Ah, ist gut. So, arbeiten wir eben zusammen gegen die Viecher. Okay, so geht's gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Das kommt auf mich zu, ne? Jetzt ist das wirklich auch da. Ja, gut.